und damit begrüße ich euch zu einer weiteren ausgabe der mini food show heute mit einem snack und heute mal ohne kaffee vor allen dingen mein ja mein blutdruck ist schon irgendwo durchs dach mit dem ganzen kaffee deswegen dachte ich ich nehme mal was anderes was jetzt auch nicht egal ich rede schon wieder völlig im kreis und zwar haben wir ein snack und zwar ein wahrscheinlich wahnsinnig leckeren snack von nature snacks natur snacks mit nature natur ohne e am ende nur natur snacks und zwar haben wir bombeeren mit weißer schokolade und das ist schon das klingt schon also natur snacks ist ein versandhaus die eben euch ermöglichen eure eigenen snacks zusammenzustellen ihr könnt fertige snacks kaufen sowas wie das hier ihr könnt aber auch euer müßlich zusammenstellen ihr könnt getrocknete früchte snacks zusammenstellen ihr könnt nur snacks zusammenstellen also ihr könnt da wirklich euch auslassen wir werden auch noch auf müsse und getrocknete früchte und nüsse eingehen aber ich habe gerade auch mehr mit weißer schokolade und deswegen fangen wir damit mal an und das ist alles irgendwie in bio qualität und alles frisch und frei und fröhlich und wunderschön und deswegen bin ich da sehr gespannt drauf mach mal in den autofokus bitte ich da er grad nicht so sieht es aus oh man die weiße schokolade ist perfekt ist auch noch ein bisschen kriss dabei das aber hauptsächlich von den brombeeren kommt ich nehme nochmal eine cross section mit einem autofokus na komm na komm autofokus ein autofokus liegt nicht mal wieder da haben wir es sind getrocknete probleme drin was ich so nicht erwartet hatte was ist auch wenn die schlechter macht das problem ist ein bisschen dass die weiße schokolade einfach komplett drüber steht also die weiße schokolade zieht sehr viel von dem geschmack der der brombeeren weg also von den brombeeren merkt man definitiv was aber es ist nicht so ein intensiver brombeer geschmack wie ich es mir wünschen würde es ist wirklich hauptsächlich weiße schokolade mit dem mouthfeel von dem von den brombeeren dieses crispige das ist das kommt gut rüber aber mir fehlt ein bisschen noch ein bisschen mehr brombeer intensivität dafür können die nix die können jetzt nicht eine brombeere super da müssen sie sie genetisch verändern oder so aber so ein bisschen bisschen mehr brombeere wäre schon geiler aber es passt beides sehr geil zusammen es ist ein sehr geiles produkt es schmeckt wahnsinnig geil die weiße schokolade ist richtig gut gemacht die brombeeren selbst sind wie gesagt außer dass sie halt ein bisschen schwach im geschmack sind sind auch sehr gut die komposition ist sehr gut und ich glaube auch einfach dass ich hier die qualität einfach merke und dass ich halt wirklich merke dass das ein produkt ist wo viel arbeit reingesteckt wurde und viel herzgut reingesteckt wurde und es ist nicht perfekt weil wie gesagt das brombeeren mir noch ein bisschen zu sehr fehlt und das ein bisschen mehr sein müsste für meinen geschmack aber ich gebe dem trotzdem weil es einfach ein wahnsinnig geiles zeug ist und ich das wahrscheinlich schneller leer essen darf schneller essen werde als es mein diabetes zulässt ähm gebe ich dem teil ja es ist schwer ich gebe ihm 7 weil es ist überdurchschnittlich es ist ein definitiv überdurchschnittlicher snack und es ist ein definitiv ja es ist eine süßigkeit sagen wir wie es ist eine überdurchschnittlich gute süßigkeit aber äh zur perfektion fehlt halt noch so ein kleines bisschen aber ein 7 von 10 ist trotzdem sehr sehr gut das noch mit den relationen das müssen glaube ich nur einige ein bisschen lernen deswegen 7 von 10 heißt es nicht das produkt ist schlecht probiert es nicht oder probiert es mal wenn es sein muss es heißt schon es ist so gut dass eigentlich dass jeder mal probieren sollte und wenn es dann noch weiter hoch hinausgeht dann wären es halt wirklich produkte wo ich sage es wird unmöglich für jemanden ohne das weiter leben zu können und das ist bei denen vielleicht halt noch nicht ganz so aber es wird auch leute geben die darauf so abfahren dass sie davon das zeug kilo weise bestellen und das könnt ihr bei natursnakes müssen wir darauf aufpassen ich komme immer auf natursnakes night bei natursnakes infobox da findet ihr den link ja und dann vielen dank fürs einschalten beim nächsten mal gibt es dann wieder was anderes bis dahin tülü